die die wir kommen wieder bei Straubach 32 die beste Anlage der Welt der Ort war es der Spiel wenn es Bock macht und ja manche werden sich bestimmt wunderbar auf die Tage im Rex so kam ich nehme es nochmal auf diese scheiß Hater-Kommentare so top also wir nehmen jetzt nur noch äh die Dings die die Haten müssen grad nix sagen die sollen mal selber aufnehmen wo bist du denn jetzt schon gedacht auf? auf einen Baum äh also er nimmt glaub ich nur Dings auf die Fights und so wie wir fighten ja nehm ich auch Apfel weil wir haben, weil ich hab nicht das Geizheits-Kit daraus machen wir auch ein schöner OP-Gold-Empel ja Apfel, ne, ne, ah! kann's mal aufhören, ja, er lacht das ist... die ganze Zeit, er lacht sich jeden Tag ein ab ja, da hat man schon wieder wieder gelacht wieder gelacht ich wille das jetzt die ganze Aufmerksamkeit aber lasst Gegner, 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 Vorsicht das mal das TNT weil, da, da, da ist ein Gegner, kommt ein Gegner ja, hinbauen, los ja, hinbauen, los Blöcke sortieren ok, ich glaub das reicht ach so, bis oben, bis oben dann au lass hin, lass hin nein, 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 aber die Rolle alles halb da, halb vier, ne? komm mal hinten, komm mal hinten komm her es lag es lag ach, im Tod, im Tod, im Tod im Tod oh shit Alter, was ist das? mann scheiß Server, alter ja scheiß Internet scheiß Internet scheiß Server scheiß Internet und scheiß Server, sag ich mal geht, neue Runde, los loser ja, vor allem, ähm gerade eben, als ich sterben bin habe ich noch einen Küper gespawnt und deswegen ist er gestorben, weil der Küper explodiert ist was? ja, der ist geliebt der war kurz drin, der ist geliebt und ich wollte eine Ansage machen, denn wir leben noch in Rexo 2. Unglaublich, ne? Wir können schon die achte Folge betreten, aber wir dürfen nur zweimal am Tag, weil der Server so scheiße ist und gesagt hat, wir dürfen jetzt nur zweimal am Tag drauf. Ja, das halt, das W-Lat-Jaws-A-Hobel, Scheiße, aber ist mir egal jetzt. Das ist echt so, man darf, guck mal, das ist ganz, das ist so blöd, ne? Man darf nur, man darf nur zwei, äh, zweimal jetzt am Tag sogar noch drauf. Gestern durfte man dreimal, aber eigentlich sollte man nur zweimal, aber man durfte gestern dreimal. Und jetzt heißt es auf einmal, dass man nur... Ja, das war so, weil man nur dann halt am ersten Tag durfte man halt dreimal drauf sollen. Und ich glaube, weil wir am ersten Tag nur zweimal gemacht haben, du bist gestern nochmal, drittes Mal drauf. Und ich vorgesehen, nachzuholen. Okay, spring mal den Baum. Wieso? Ich hab keine TNT. Ich hab so schlau. Ich hab, was hat er sich in den Gipnamen. Ah, ich hab eine Dierhose. Und die ist wohl für dich. Und gut hab ich nicht. Was ist denn in der Perle? Was denn in der Perle? Nein. Auf dem Baum. Oha, schweb. Oha, schweb. Oha, hilf, 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 hilf. Du bist so tot, bist so runteridiot! Ich bist vor der Globe. Ich bin tot. Alles klar! Ohn! Keine Schnitte. Egal, ich bin noch in der Luft. Ich bin noch in der Luft verreckt, ne? damit die die goldene Blöcke nicht bekommen alles klar alles leckte an und weiter spielen das lecker von alles der Koma immer traut also also eben auch mal aber auch nur drei Prozent selbst auf mein Gott und so wie es als er nun zumindest eine Runde gewinnen ich bin froh dass wir noch leben und ich bin froh dass das alles überlegt wie beim ersten Bau zweit und kotzen recht um ich steigte und das beste ist Prozent ich sag mal nicht und sei gut sonst das wissen so später wenn ich dieses Video gucken ich glaube ich auch weil ich ein 30 Abonnenten-Special noch mache Prozent was über 50 Menschen nicht und es ist eine Dreierrunde so egal aber man kann er nicht mehr als noch ein Kind deswegen ich bin kein Kind egal dass es muss es kein interessieren Prozent um das hast du wieder das TNT geht oder so weil hier auf der Auffassung mit den Äpfel raus aus dem in Bäumen Kursus ich bin der Totenkopf zu Gegnern auf sich noch gar nicht ich weiß nicht 8 aber das haben die wir sind die wir sind die die uns warum warum fix die die Junge wir gehen trotzdem vor sich vor sich vor sich vor sich vor sich vor sich auf die Auffassung die Fäckte dies und der Plan aber da ist Gegner da sind Gegner hier hinter uns so ein Grab hier in unserem Graf sind zwei wir werden verrecken ich bin auch tot ich bin tot tot oder? kann auch gut abwesendet ich bin tot alter da um die Topic Jünger ich bin jetzt wenn ihr an das war es doch nicht nur ein Buch es ist kein Jahr halbes Herz verloren das war so mit einer kleinen Runde Skywars der Baustein schaut nicht bald auch vorher kein Kanal Und ja, da sehen wir uns irgendwann Ich schlieb aus und tschüss